Herr Nikolai II, ura! 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 Ich will nicht, dass Oda ihn näht. Wir machen das ganz vorsichtig. Das ist das Gehirn eines Verbrechers. Und hier? Die Kugel? Sie treffe einen schlechten Menschen. Seid ihr alle glücklich? Du wirst auch noch glücklich werden. Wer auch immer sie sind, ich werde es nicht verraten. Du bist dein Kind, oder? Ich bin dein Kind. Es war die kürzeste Woche in meinem Leben. Aber die längste Woche im Leben meines Vaters. Da kannst du noch so viele Köpfe aufsehen. Du hast keine Ahnung, was den Menschen ausmacht. Leute wie Sie verursachen der Revolution! Ich bringe Sie hier in Gefahr. Du denkst daran, der Tod ist wie ein Kern. Es nützt dir keine Flucht. Er lebt in dir wie in der süßen Frucht. Ich führe mich nicht. Sie haben in meinem Tagebuch gelesen. Man darf nicht in fremden Tagebüchern lesen. Ich bin Anarchist. Anarchist darf alles. Anarchist darf alles. Untertitelung des ZDF, 2020